Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's los, wir machen so eine kleine Reihe an veganen Rezepten. Ich habe ja schon in meinem Vlog angekündigt, dass ich jetzt wieder versuche mehr vegan zu essen. Aufgrund des Films Game Changers, wer es noch nicht gesehen hat, checkt es auf jeden Fall ab auf Netflix. So those commercials, steak, that's what a man eats. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? The Swiss spelled plant-based diet. I qualified for my third Olympic team. I broke two American records. In sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. Someone asked me how could you get as strong as an ox without eating any meat and my answer was have you ever seen an ox eating meat. Heute mache ich ein Pesto mit Vollkornnudeln aus Erbsen, Petersilie, Knoblauch und gehackten Mandeln. Ich habe mir hier notiert das Rezept. So das Ganze hat für eine Person, wir essen mal zu zweit, die Vicky ist nämlich auch da und hilft mir gleich so ein bisschen beim Kochen. Das Ganze hat eine Portion auf mich jetzt zugeschnitten, 1253 Kalorien, 36 Gramm Protein pro Portion, 83 Gramm Kohlenhydrate und 85 Gramm Fett. Das Ganze ist so als Abendessen gedacht. Ja, ich weiß, nach 18 Uhr soll man keine Kohlenhydrate mehr essen, aber wie die Vergangenheit gezeigt hat, bin ich doch nicht so fett geworden nach den Kohlenhydraten nach 18 Uhr. Wir legen auch direkt los und machen jetzt alles ready und ich erzähle euch dann alles so Step by Step, so ein bisschen Vlog Perspektive eher und ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr könnt das Rezept ein bisschen nachkochen vielleicht zu Hause. Ich blende mal hier so einen kleinen Rezeptzettel für euch ein, dann könnt ihr das Bild kurz stoppen und euch die Sache auch niederschreiben und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze halt gekocht wird, bleibt halt einfach drin. Okay, hier haben wir jetzt alles zusammen. Das, was wir als allererstes machen müssen, ist natürlich Nudeln kochen. Das ist jetzt nicht so ultra spannend. Wir brauchen zwei Töpfe. Einer ist für die Nudeln und der andere ist für die Erbsen. Dann machen wir die Erbsen so langsam weich drin. Ja, das ist der erste Schritt und sehen uns dann gleich wieder, wenn es zum nächsten Schritt geht. Okay, jetzt warten wir, bis das Wasser kocht, die Nudeln ready sind und hier in dem Topf sind die Erbsen. Die lasst ihr jetzt so ein bisschen, ja, weil die gefroren sind, einfach auftauen im Topf und macht daraus wie so ein kleines Püree. Das wird später mit dem Pesto vermischt und ergibt dann im Endeffekt die Soße. Die Erbsen sind ein großer Bestandteil von der Proteinquelle. Außerdem die Vollkornnudeln haben auch noch auf 100 Gramm, 13 Gramm Eiweiß, also auch nochmal jede Menge. Und weiter geht es dann mit dem Pesto, Petersilie, Zitrone, Knoblauch, Olivenöl. Und wir werden das dann gleich so in so einem Mixer machen. Eigentlich braucht ihr den Pürierstab, ist damit ein bisschen besser, aber im Mixer sollte das Ganze aufholen. Okay, die Erbsen sind jetzt bald auch hier schon durch. Nudeln kochen, alles ist hier vorbereitet. Jetzt packen wir alles zusammen hier in den Mixer rein und dann geht es ab zum Mixen und dann ist das Pesto schon fast fertig. Okay Leute, jetzt haben wir das hier mit den Mandeln, Petersilie, Knoblauch, Olivenöl, Zitronen in den Mixer gehauen. Jetzt vermischen wir das Ganze mit den Erbsen. Die Nudeln sind auch schon ready. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir zeigen euch dann gleich, wie das Ganze fertig aussieht, weil das hier raus zu pulen dauert jetzt noch ein bisschen. Okay, das Ganze ist jetzt auch ready. Ist jetzt alles in einem Topf mit den Nudeln. Das Pesto aus Erbsen, Petersilie, Knoblauch, Zitrone. Jetzt mischen wir das Ganze noch ein bisschen zusammen und dann kommt das alles auf einen Teller, in eine Schüssel, wie ihr es mögt. Und das Ganze ist auch schon fertig. Wenn das Ganze euch gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war jetzt das erste Kochvideo. Versprochen, ich lerne dazu und die nächsten werden mit Sicherheit noch besser. Trotz alledem, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es vielleicht selber mal ausprobiert habt. Alle Zutaten seht ihr am Anfang des Videos. Abonniert diesen Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und bin gespannt, ob euch das Ganze schmeckt, ob ihr es nachmacht. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.